In deinen 20ern setzt du das Fundament für deinen späteren finanziellen Erfolg. Also Finanzfehler, die du in dieser Zeit machst, entscheiden oft schon über finanziellen Erfolg oder Misserfolg. Deswegen will ich euch heute meine persönlichen Erfahrungen mitteilen, welche Fehler ich selbst gemacht habe und andere Finanzfehler, die ich immer wieder sehe. Dazu schauen wir uns die 5 häufigsten Finanzfehler an, die du in deinen 20ern vermeiden solltest. Ich hoffe du kannst einiges für dich aus dem Video lernen und falls ja freue ich mich immer über ein Like sowie Subscribe. Denn dann verpasst du keines der nächsten hilfreichen Videos. Der erste Finanzfehler, den es zu vermeiden gilt, ist es Konsumschulden zu machen. In den 20ern lebt man oft mit einem knappen Budget. Sei es man ist noch in der Ausbildung oder man studiert. Doch mit dem Berufseinstieg und dem ersten richtigen Gehalt bleibt oft mehr übrig. Dann möchte man endlich seinen Lebensstandard verbessern, was völlig legitim ist. Wer wohnt schon gerne mit Mitte 20 noch bei Mama und Papa? Oder will sich alles vom Mund absparen? Doch hier trennt sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen zwischen denjenigen, die langfristig Vermögen aufbauen, gegenüber denjenigen, die immer nur von der Hand in den Mund leben. Vielen Menschen ergeht es oft wie folgt in ihren 20ern. Sie steigen ins Berufsleben ein und keine 4 Wochen im Job geben sie ihr Geld für die nächsten 12 Monate mit beiden Händen wieder aus. Eine neue Wohnung, man braucht ja mehr Platz. Ein nagelneises Auto wird finanziert. Die nächste große Reise, der Sommerurlaub, wird groß geplant. Innerhalb weniger Wochen ist der Lebenswandel perfekt. Der Lebensstandard passt sich sehr schnell dem Gehalt an. Und schnell ist wieder mehr Monat als Geld übrig. Oft redet man sich diese Situation schön, dass man zuvor auf viel verzichten musste. Und jetzt doch die Zeit ist, sich mal was zu gönnen. Willkommen im eigenen Hamsterrad. Like mal, wer nicht im Hamsterrad landen möchte. Die Gefahr ist groß, schnell Schulden anzuhäufen, weil wir heute zu jeder Zeit sofort alles haben können. Konsumschulden sollten weitgehend vermieden werden. Also Kredite, die aufgenommen werden, um sich Alltagsgegenstände oder Luxus zu finanzieren. Das beste Beispiel ist wohl ein neues Auto. Bodo Schäfer hat dazu eine sehr schöne Regel, wie viel ein Auto maximal kosten sollte. Eine ganz klare Regel, ein Auto sollte nicht teurer sein als ein zweifaches Monatsgehalt. Also wie sieht die Lösung aus, um Schulden zu vermeiden? Ich frage dich zuerst, bringt mir das Ganze einen echten Nutzen oder kaufe ich es nur, weil ich ihn gerade will? Ein Tipp, den wahrscheinlich der ein oder andere bereits von den Eltern oder Großeltern gehört hat. Weniger ausgeben, als man einnimmt. Was uns auch zum nächsten Punkt bringt. Punkt 2. Keinen Überblick über die Finanzen zu haben und damit sehr schnell über dem Budget zu leben. Um zu wissen, wie viel man hat, ob man weniger ausgibt, als man einnimmt, muss man einen Überblick über seine Finanzen haben. Hier haben oft schon viele ein Problem. Was sind überhaupt meine Fixkosten? Und je höher die Fixkosten sind, umso niedriger natürlich die Sparkquote. Es macht also Sinn, sich aufzuschreiben, für was man sein Geld ausgibt. Merkt man, dass man über seine Verhältnisse lebt, sollte man seine Kreativität nutzen, um die Kosten zu reduzieren. Und inzwischen gibt es dafür keine Ausrede mehr, dass man alles mit Papier und Stift brauchen muss. Inzwischen gibt es Apps wie Finanzguru dafür, die das Ganze automatisch für dich analysieren. Und willst du das nicht, kannst du dir auch selbst mal für die letzten 12 Monate deine Bankauszüge anschauen und diese analysieren. Welche Einsparpotenziale gibt es hier? Womöglich gibt es dort einige Abo-Dienste wie Netflix, Spotify und Co., die man sich vielleicht mit Freunden teilen kann. Also verschaffe dir einen Überblick über deine Finanzen und setze ein Kontensystem auf, mit dem du deine Finanzen im Blick hast und gleichzeitig steuern kannst. Wie so etwas aussehen kann, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, welches ich an dieser Stelle einmal verlinken werde. Was uns zu Punkt 3 bringt. Keine Rücklagen für Notfälle aufzubauen. Ich weiß, gerade wenn man sich in der beruflichen Ausbildung befindet, kann man keine finanziellen Luftsprünge machen, weil das Budget sehr eng gestrickt ist. Dadurch fällt das Sparen natürlich ziemlich schwer. Dennoch sollte man zumindest den Versuch starten, sich einen Notgroschen, also Rücklagen für Notfälle, aufzubauen. Dies ist extrem wichtig, um kurzfristige Liquiditätsengpässe wie Beispiel unvorhergesehene Autoreparaturen oder den Arbeitsplatzverlust ausgleichen zu können, ohne direkt in Panik zu geraten. Oder noch schlimmer, den teuren Dispo-Kredit nützen zu müssen. Denn dadurch entstehen langfristig noch größere Probleme. Im Idealfall sollte man dann ca. 10% seines Nettovermögens dafür aufwenden, sich einen Notgroschen aufzubauen, bis man mindestens 3 Netto-Monatsgehälter zusammen hat. Am Anfang wohlmöglich sehr schwer. Doch noch können 5, 10 oder vielleicht sogar 50 Euro im Monat auf Dauer einen großen Unterschied machen. Eine Alternative wären Geldgeschenke zu Geburtstag oder Weihnachten. Von diesem Geld sollte man 80% zur Seite legen und mit den anderen 20% darf man sich dann immer noch etwas gönnen. Ein weiterer guter Trick zum Sparen ist es, sich seine monetären Ziele und Wünsche aufzuschreiben. Dazu habe ich ebenfalls bereits ein Video gemacht, was ich auch an dieser Stelle verlinken werde. Der vierte Punkt ist es, nicht oder zu wenig zu sparen und das gesparte Geld ebenfalls nicht oder falsch zu investieren. Tatsächlich gibt es einige Menschen, die die vorherigen Fehler nicht gemacht haben, aber dennoch dann folgenden Fehler machen. Sie machen nämlich gar nichts. Zumindest nicht mit ihrem Geld. Jeden Monat wird ein bisschen Geld zur Seite gelegt, oft direkt sogar auf dem Girokonto. Einige sind etwas weiter und schieben das Geld immer regelmäßig auf ein Tagesgeldkonto. Aber hier hört es dann schon auf und das Geld verrottet vor sich hin. Sparen ist gut, investieren ist besser. Während du deine Notgroschen auf der Seite aufbaust, starte so früh wie möglich mit dem Investieren. Folgendes Praxisbeispiel verdeutlicht es so schön, warum es so wichtig ist. Wir haben einmal Anna und Martin. Anna startet mit 20 Jahren mit dem Investieren und das jeden Monat 100 Euro. Und das für 20 Jahre lang, bis sie 40 ist. Danach legt sie das Geld weiter an und gucken wir dann, was sie bei 60 hat. Martin fängt erst bei 30 an. Er sagt sich, ich möchte noch nicht so früh sparen, ich habe nicht so viel Geld. Aber er macht auch 100 Euro im Monat, aber denkt sich, okay, ich will mehr wie die Anna haben. Ich lege auf jeden Fall 30 Jahre anders an. Also bis 60. Wer hat jetzt mehr Geld mit 60 Jahren? Was glaubst du? Wir nehmen mal als Beispiel 7% Zinsen pro Jahr an. Hängt euch jetzt nicht an den 7% auf. Das ist die durchschnittliche Rendite der letzten 50 Jahre des DAX. Es geht hier nicht um die Zahl, sondern was da hinten dran steckt. Und jetzt sehen wir sehr schnell, Anna hat mit 60 Jahren sagenhafte 198.000 Euro angespart, wohingegen Martin nur 118.000 Euro hat, obwohl er 10 Jahre länger eingezahlt hat. Dennoch hatte er 80.000 Euro weniger als Anna. Also vermeide den Fehler, den viele machen und schiebe das Investieren auf die lange Bank. Sonst kostet sich das langfristig sehr viel Geld. Und diese 10 Jahre zwischen 20 und 30 bekommst du nie wieder zurück. Auch wenn viele dem Irrglauben aufgesetzt sind, dass es nicht möglich sei. Und man hört dann, es gibt doch eh keine Zinsen. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Geld anlegen soll. Oder ich hab gar kein Geld dafür. Solche Phrasen sind beliebte Ausreden. Doch es muss nicht so kompliziert sein. Du musst nicht einmal Aktien kaufen, was für den Großteil der privaten Anleger sowieso mit einem Verlust verbunden wäre. Doch was spricht gegen einen monatlichen ETF-Sparplan aka Dauerauftrag für die Börse ab 25 Euro? Auf lange Sicht würden viele Menschen damit sehr viel besser fahren, als einfach gar nichts mit ihrem Geld zu machen. Und im Zweifelfall fragst du deinen Bankberater und machst genau das Gegenteil davon. Ansonsten wie du erfolgreich mit nur 25 Euro an der Börse investieren kannst, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, was ich ebenfalls an dieser Stelle verlinken werde. Kommen wir zum fünften Punkt. Der Fehler ist es, zu wenig zu riskieren. Ja, das mag sich im ersten Moment etwas komisch anhören, wie ich soll alles riskieren. Aber nein, halt. Damit ist nicht gemeint, dass du all dein Erspartes auf Kryptowährung setzen solltest. Ebenso wenig das Investieren an der Börse generell ist gemeint. Sondern vielmehr das Investment in dich als Mensch. Humankapital, wenn man das so will. In den jungen Jahren ohne Verpflichtungen in Form von finanziellen Verpflichtungen oder einer Familie stehen einem alle Wege offen. Deswegen eignen sich die 20er perfekt dafür, so viel wie möglich auszuprobieren. Will Smith drückt es sehr schön aus. Was er damit sagen will, scheitern gehört zum Prozess hinzu. Auch wenn du heute noch nicht weißt, wo du später einmal landen willst. Du kannst deine kompletten 20er dazu nutzen, um herauszufinden, was du magst und was du nicht magst. Aus jedem Fehler kann man einiges lernen. Und lass dich nicht von anderen stressen, die dich zu irgendetwas drängen wollen. Seien es deine Eltern oder auch die Freunde. Nur du bist der Designer deines eigenes Leben und niemand sollte dir da reinreden. Hier verlinke ich ebenfalls nochmal ein Video mit 5 verschiedenen Wegen, wie du anfangen kannst. Ja, das waren die 5 Finanzfehler, welche du mit 20 vermeiden solltest. Ich hoffe, du konntest etwas daraus lernen. Und falls ja, lass mal ein Like da. Ansonsten vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren, wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst. Außerdem verlinke ich noch eine passende Videoempfehlung für dich. Und wenn du Fragen oder Probleme hast, schau gerne mal in unserer Investor-Community vorbei. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.